Leute, hier war's genau. Diesmal wieder die liebe Heidera mit mir am Start. Und heute, sag du, welche Challenge machen wir denn heute? Eine Pause zu uns. Die Pause Challenge. Und ja, lassen wir die Spiele beginnen. Bis gleich. So, hier sind wir wieder auf der Inliner Bahn. Und ja, ich würde dann mal sagen, Pause! Was könnte ich jetzt machen? Äh, vielleicht McDonalds gehen? Nein, lieber nicht. Ähm, warte. Ja, würde das nicht mal ein paar Minuten da stehen, oder? Das würden wir sagen. Dann können wir mal auf die Nähe an den da ranziehen. Hallo Heidera! Hallo! Okay, weiter. Pause! Du kannst dich mein Handy nehmen, ne? Da ist dein liebe Nono! Antonio! Ist er nicht? Das bewegt! Das bewegt! Das bewegt! Und jetzt... Würden wir mal weiter gehen, ne? Geh mal ein bisschen... Ich bin dran. Geh mal ein bisschen kurz vor, ne? So, wir werden den liebe Heidera jetzt verachten. Da setz ich jetzt hin und wir sagen Pause. Heidera, solltest du was sagen? Pause! Ich geh kurz zu einkaufen, ne? So, wir gehen jetzt mal einkaufen. So, wir gehen jetzt mal einkaufen. Das ist eine Ehre genau. Und ciao! Ich geh jetzt erstmal kurz einkaufen. So, hier bin ich wieder. Schön gegessen, jetzt hab ich auch voll Bauchschmerzen. Und der ist da immer noch. Da hinten einfach. Er ist da immer noch. Und das waren jetzt eine halbe Stunde oder so. Halbe Stunde, Leute. Merkt euch doch. Eine halbe Stunde! Halbe Stunde! Drei Minuten, Digga! Boah! Heidera! Ja? Wie geht's dir? Weiter! Warte! Warte mal! Jetzt kriegst du das Handy einfach. Kamera... Ey, auf Spaß, nimmst du hier John. Dann sagst du... John, sagst du was? Ich sag Pause. Okay? Nein, nein, nein. Holger, ich hab's gebraucht mit. Ich bin gerade Essen gegangen, Digga. Mal Pause. Ich geh jetzt einkaufen. Okay, tschüss. Äh, nein, Junge, nein! Ich witz schon. Jungen, aber lass uns bitte nicht eine Stunde hier. Ja, mach ich auch nicht. Dann geh einkaufen jetzt. Adios! Oh, nein! Oh, nein! Nein! Egal, geh einkaufen. Mach es hier. Weiter! Oh, Entschuldigung. Döner gekauft. Danke. Oh, wenn. Den ist es messen. Tschüss! Pause, Heidara! Und er pinkelt gerade. Äh, dann würde ich mein Handy mal hier lassen. Und dann würde ich jetzt schön erst mal ein bisschen ein Wort öffnen gehen. Mämmuo? Mämmuo? Mama? Boah. Das ist hoher Süß. Was geht da? Weiter! Scheiße, 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 Scheiße. So, ich lass dich mal ein paar. Schau auf, ich geb auf. Ja. Schönen Gewinn, Heidera. Tschüss. Das ist jetzt, glaub ich, erst mein fünftes Video. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das liked. Und... Bye. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.